40 Tage Reich Gottes Heute ist Tag Nummer 4 und das Thema heißt Jeder dringt mit Gewalt hinein. Wir wollen die Bibelstelle dazu lesen. Das ist Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird das Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttunde reißen es an sich. Eine interessante Bibelstelle. Da steht drin, das Reich der Himmel wird Gewalt angetan und Gewalttunde reißen es an sich. Wie ist das zu verstehen? Bevor wir in die Erklärung hineingehen, wollen wir noch Lukas Kapitel 16, Vers 16 lesen. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Zwei sehr fragwürdige Bibelstellen. Wie können wir das verstehen? Ist das Reich Gottes Gewalttund? Und wir wollen mal hineinschauen, was bedeutet das, dass das Reich Gottes mit Gewalt zusammenhängt. Der erste Schritt. Wenn du die Gunst des Himmels des Reiches Gottes erleben willst, kannst du das an dich reißen mit dem Schlüssel der Buße. Du reißt dich raus aus dem Reich der Finsternis. Die Bibel sagt, er hat dich rausgerissen von dem Bereich des Todes und hat dich versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Als Jesus dich gerettet hat, er hat dich rausgerissen mit Gewalt aus dem Reich der Finsternis und in sein Reich hineinverlust. Deine Rettung hat schon zu tun mit Gewalt. Das Einzige, was du tun darfst, wie das Reich Gottes beginnt, Buße. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So beginnt das Reich Gottes. Und wenn du Buße tust, ist ein gewaltiger Gewaltakt zustande gekommen. Am Kreuz von Golgatha. Jesus hat den Schmerz für dich genommen. Er hat die Schmerzen auf sich genommen. Und er hat dich rausgerissen. Und der Schlüssel ist hier Buße. Und der Schlüssel ist hier Buße. Wow. Der nächste Schritt. Wie können wir mit Gewalt im Reich Gottes arbeiten? Gebet und Fürbitte. Sie stürmen den Himmel. Ich kenne so viele Fürbitte, so viele Beter. Sie gehen in die geistliche Welt hinein und sie reißen Menschen raus. Weg vom Teufel. Weg von Bindungen. Weg von Abhängigkeiten. Hin zur Freiheit. Hin zur Liebe. Und diese Beter und die Fürbitter, sie stürmen den Himmel. Und sie tun Gewalt an. Aber wem? Den Teufel. Und ich möchte dich ermutigen, dass du richtig kühn, kühn betest. Und dass du betest für deine Familie. Dass du und dein ganzes Haus werden dem Herrn liegst. Dass du dem Reich Gottes Gewalt antust. Dass du Menschen reinbringst ins Reich Gottes. Und sagst, nein, Teufel, meine Familie gehört nicht dem Teufel, es gehört Jesus Christus. Was ist der nächste Punkt von Gewalt antun? An der Himmelstür klopfen. Jesus sagt, klopft, so wie ihr euch aufgetan werdet. Jesus sagt, knockt, und es wird euch aufgetan werden. Bittet, so wie ihr gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Und der nächste Punkt ist, auf Verheißungen stehen. Wenn Jesus gesprochen hat in deinem Leben, wenn er dir etwas gegeben hat, dann ist es wichtig, dass du auf den Verheißungen stehst. Und es ist egal, was die Umstände sagen, es ist wichtig, was Gott sagt. Und das ist ein Schlüssel des Reiches Gottes. So tun wir hier Gewalt anwenden in diesem Moment. Halleluja. Und der nächste Punkt ist, aus Verzweiflung die Norm durchbrechen. Manchmal kommen wir an einen bestimmten Punkt in unserem Leben und da sind wir verzweifelt. Wir wissen nicht weiter. Wir wissen nicht, was wir tun können. Aber es gibt immer eine Lösung im Himmel. Was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und wir sehen manche in der Bibel, sie sind aus der Norm rausgekommen. Sie sind mit Gewalt ins Reich Gottes hineingekommen. Wie haben die das gemacht? Wir lesen von einer blutflüssigen Frau und sie war krank viele Jahre. Keiner konnte ihr helfen und sie hat gesagt, ich werde mit Gewalt ins Reich Gottes hineinbringen. Wenn Jesus hier vorbeilaufen wird, ich werde alle wegdrücken. Ich werde physisch alle wegdrücken. und ich werde Jesus berühren. Und wenn ich Jesus berühren werde, dann werde ich geheilt werden. Sie kam mit Kühnheit. Sie kam mit einem Glauben und hat im Reich Gottes Gewalt angetan und gesungelt. Aus Verzweiflung hat sie die Norm durchbrochen. Sie berührt Jesus. Kraft fließt von Jesus. Kommt in ihr Körper und sie merkt, sie ist geheilt. Sie erzählt ihre ganze Geschichte Jesus. Und Jesus sagt ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Sie ist mit Gewalt hineingedrungen. Sie ist mit Gewalt hineingedrungen. Ich möchte dich ermutigen, steh auf deinen Verheißungen. Und egal, was der Teufel will, Jesus hat immer das letzte Wort. Im Reich Gottes hat einer was zu sagen und es ist der König Jesus. Und wenn Jesus spricht, müssen wir uns mit Glauben eins machen. Und dann durchbrechen. Da gab es diese heidnische Frau. Die Frau hatte eine Tochter. Und die Tochter war schlimm besessen. Böse Geister waren auf ihr drauf und sie war besessen. Ja, und Jesus hat sie eigentlich abgelehnt. Nein, nein, ich bin nur gekommen für die Leute in Israel. Aber diese Frau, sie ist mit Gewalt hineingedrungen. Wie hat sie es gemacht? Sie hat einen außergewöhnlichen Glauben. Und sie hat gesagt, Jesus. Und Jesus hat sich angeschaut. dir geschehen nach deinem Glauben. Und etwas ist geschehen. Die Tochter, wo zu Hause war, war in diesem Moment geheilt. Weil die Mutter Glauben hatte. An einem ganz anderen Ort. Man kann Dämonenaustreibung machen, über Ferne. der Schlüssel ist Glaube. Mit Gewalt hineindringen. Ich möchte dich ermutigen. Im Reich Gottes gibt es keine Unhöflichkeiten. Im Reich Gottes gibt es ein Prinzip. Glaube. Und wenn du nach Hebräer 11, 6, wenn du dich Gott nahen willst, wenn du zu Gott kommen willst, musst du glauben, sagt das Gott. So bitte dringend durch mit Gewalt. Und der Schlüssel ist Glaube. Und diese Frau hat eine Gebetserhörung erlebt. ihre Tochter wurde geheilt, weil sie Glauben hatte. Sie ist mit Gewalt durchgedrungen. Ich möchte dich ermutigen. Gib dir nicht zufrieden mit deinem Zustand, den du hast. Dann schau auf Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat alles vollbracht. Und im Reich Gottes ist alles vollbracht. So komm hinein ins Reich Gottes. Und ergreife deine Verheißung. Und nicht vergessen, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen.